Hallo Ihr Lieben, Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Selmas Recipes. In diesem Video zeige ich Euch einen Klassiker der türkischen Küche, den sich meine treue Zuschauerin Bedia gewünscht hat. Und zwar mache ich Carnire, das sind gefüllte Aubergine mit Hackfleisch. Als erstes bereite ich die Aubergine vor. Die schäle ich immer streifig, aber das könnt Ihr natürlich ganz so machen, wie Ihr es lieber mögt. Die geschälten Aubergine teile ich längs in zwei Hälften, salze sie von beiden Seiten und lasse sie etwa 30 Minuten in einem Sieb entwässern. Damit es beim Anbraten nicht zu sehr spritzt, trockne ich die Aubergine gründlich ab. Meine Meinung nach schmecken die Carnirekt viel besser, wenn die Aubergine mit reichlich Öl angebraten werden. Wem das zu fettig ist, der kann die Aubergine aber auch dünn mit Öl bestreichen und im Backofen weich garen. Die angebratenen Aubergine lasse ich in einer Auflaufform abkühlen und bereite als nächstes die Füllung vor. Für die Füllung nehme ich zunächst zwei Tomaten. Da ich diese schälen will, rieze ich sie kreuzweise ein, lege sie in eine Schüssel und übergieße sie mit kochend heißem Wasser. So lasse ich sie dann eine Weile stehen und schneide als nächstes eine Knoblauchzehe und eine Zwiebel in feine Würfel. Den Knoblauch und die Zwiebel brate ich nun bei niedriger Hitze glasig an und gebe dann noch ein paar fein gehackte türkische Paprikaschoten hinzu. Dann habe ich die Auflaufform abkühlen. Nachdem das Gemüse weich gekocht ist, kommt dann etwas Tomatenmark hinzu. Das dünste ich unter Rühren kurz an und dann kommt das Hackfleisch hinein. Das lasse ich jetzt ein paar Minuten garen, schäle währenddessen die Tomaten und schneide sie in kleine Stücke. Die Tomatenstücke gebe ich nun zu der Hackfleischmischung und würze die Füllung mit ein paar Esslöffeln gehackter Petersilie, Salz, Pfeffer, Paprikapulver und Piment. Die Zutaten mische ich gründlich durch und verteile die Füllung auf den vorbereiteten Auberginenhälften. Damit die Füllung beim Backen nicht zu trocken wird, lege ich noch ein paar Tomatenscheiben obendrauf. Wer möchte, kann die Carnialk noch mit Paprikascheiben dekorieren, unbedingt nötig ist das aber nicht. Jetzt heize ich den Backofen auf 200 Grad Ober- und Unterhichts vor und bereite in der Zwischenzeit noch eine einfache Sauce zu. Dafür erhitze ich 2-3 Esslöffel Olivenöl, dünste darin ein paar Esslöffel Tomatenmark an und lösche es mit einem Viertelliter Wasser ab. Die Sauce könnt ihr nun ganz nach Belieben würzen. Ich nehme hier nur etwas Salz und Pfeffer. Die Sauce kommt dann in die Auflaufform mit den gefüllten Auberginen und dann backe ich die Carnialk so lange, bis die Auberginen richtig schön weich geworden sind. Je nach Backofen dauert das in etwa eine Dreiviertelstunde. Am besten probiert ihr nach etwa 30 Minuten ein Stück, dann könnt ihr besser einschätzen, wie lange ihr sie backen wollt. Am liebsten mögen wir Karneerik in Begleitung mit türkischem Reis. Und wie ich den zubereite, zeige ich euch demnächst in einem separaten Video. Ich hoffe auch dieses Video hat euch gefallen. Weitere türkische Rezepte von mir seht ihr, wenn ihr auf die eingeblendete Playlist klickt. Wenn euch meine Rezepte gefallen, dann abonniert meinen Kanal und aktiviert auch das Glöckchen, um kein Rezept mehr zu verpassen. Vielen Dank für´s Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.